ja servus freunde und morgen wieder mal heute mal als kleinen nachtrag zum 100 abonnenten spezial ich habe den hof rundgang gemacht und ich bin darauf hingewiesen worden dass ich vergessen habe zu zeigen ob man kreiselheuer haben wir haben natürlich selbstverständlich an kreiselheuer wir haben auch an gruppe und wir haben natürlich auch den mähdrescher die stehen allerdings in dieser halle hier da habe ich am ding gar nicht dran gedacht wann habe ich das video gedreht am samstag darum hole ich das jetzt mal nach hier in der oberen halle stehen die maschinen der jagdgenossenschaft da habe ich den schlüssel hier das sind maschinen die in gemeinschaft gekauft sind die quasi mehrere landwirte zusammennutzen saukalt laut thermometer minus 9 grad wir haben einen gescheiten frost aber das ist schon in ordnung so das sind die maschinen die quasi in gemeinschaft gekauft sind angeschafft worden wir haben einmal die stammwalze da eine seilwinde an rauchdüngerstreuer den posch 20 tonnen holzspalter dann da hinten steht noch ein benzin stampfe der gehört dazu ich weiß nicht ob man es im dunkeln hier erkennt also da hinten ich weiß jetzt nicht ob man es erkennt da steht noch ein kleiner stampfe ist ein benzin stampfe ja pfahlrammel holzgreifzange umlenkrollen für die seilwinde die wiesenschleppe und das rabe planierschild das rabe planierschild haben wir im einsatz gehabt zum weg abziehen wie wir den schotter verteilt haben ja also das sind die maschinen hier die sind wie gesagt nur in maschinengemeinschaft mit ein paar anderen landwirten mit ein paar anderen bauern und ja es ist natürlich wir haben noch eine feldspritze die gehört auch dazu die steht aber momentan bei einem befreundeten landwirt weil der als einzig der den spritzenschein hatte ich habe ja jetzt im dezember im november dezember mein pflanzenschutznachweis gemacht sachkundenachweis und der andere landwirt die hören hier in burghaig auf die haben ein nachfolger gebraucht der dann die spritze mal übernimmt und dann habe ich gesagt naja dann mache ich auch meinen sachkundenachweis schaden tut es nichts man weiß dann ein wenig was ob ich sie jetzt dann wirklich einmal brauche oder nicht weil wir haben seit jahren nichts mehr gespritzt bei uns das weiß ich noch nicht aber haben ist besser als brauchen und ja die spritze werde ich übernehmen das ist eine alte rausspritze also noch nichts hoch modernes aber für unseren zweck hier vollkommen ausreichend wenn es denn so weit ist wenn ich das ding einmal hol dann nehme ich euch natürlich mit ja was gibt es da noch an aufstellstand das ist für die für die küh haben wir normalerweise auch der steht da bei dem landwirt draußen weil wir hier keine viehhaltung mehr haben im dorf das ist der letzte gewesen jetzt haben die auch nichts mehr sie haben neu gebaut im nachbarort ja die landwirte hier in übergeheikt die werden immer weniger bin ich aber gespannt also irgendwann sind wahrscheinlich wie die letzten die die maschinen hier brauchen ja gut den modschmann gibt es noch aber wie gesagt das wird weniger ja also das war auf alle fälle die halle hier oben dann gehen wir mal nach unten und dann zeige ich euch auch mal noch vollwände und grubber geht man um die halle rum dann haben wir hier unten ein tor da steht unter grubber und unter und auf der anderen seite dann die mädresche ist natürlich fahrhalle jetzt muss man was dazwischen zwicken weil die tore gehen immer alleine zu gut also das ist so eine mädresche hall so hinter mir befindet sich jetzt die halle mit dem mädresche mit dem grubber und mit dem kreiselhäu auch hier drin hängen da noch teile von einem miststreuer das ist ja wie gesagt der umbaumiststreuer man könnte ja als ladewanne machen wir hatten das 2009 das letzte mal allerdings ohne pickup sondern nur mit denen aufbauten drauf wir haben stroh eingefahren also das da ist ja jetzt unerfällt was man hier sieht die fläche und da waren es 2009 2400 2500 strohbüschel hd ballen in klein wir können nichts anderes lagern rundballen geht nicht haben wir schon versucht und die großbacken ballen funktioniert auch nicht wir machen die hd ballen die sind auch schön handlich mag jeder denken was er möchte ich meine die einen sagen um gottes willen wie veraltet und wieso aber mir macht das nichts ist halt ein wenig mit arbeit verbunden aber wozu sind wir eine große familie wir helfen alle zusammen und dann kommt man auch mit der kleinen technik zurecht aber wenn es manchmal wie viel ist aber es ist halt so also da haben wir ohne kreiselhäu das ist ein fahr kh4 wenn ich mich nicht ganz täusche der hängt normalerweise hinten an meinem krame dran also normalerweise das heuen macht nur der krame letztes jahr hat es die ihc gemacht weil der krame ja restauriert worden ist und ja dann ging halt der kleine kreiselhäu hinten am ihc sah zwar wenig seltsam aus aber es funktioniert auch hat früher auch mal funktioniert so was geht immer ja dahinter dann natürlich und eine gruppe und unten fahrmähtrescher da kann ich aber auf der anderen seite noch rein mal auf der anderen seite dann sieht man vielleicht noch ein bisschen mehr also es gibt ja unter anderem von mir ein video da sieht man nicht fahren aber ich zeige ihn euch aber von der anderen seite dann machen wir mal das tor hier rein auf alles zugewuchert und das gras ist hart kein wunder ein mal tor auf so und hier steht dann der mähtrescher das ist jetzt da noch mal von vorne das parkt alles hier unten geht immer recht knapp zu bahn rein fahren aber es funktioniert der steht schon hier drin aufgeräumt bei dem mähtrescher handelt sich ja wie gesagt um ein fahr m 750 770 warum 750 770 der mähtrescher ist so nie gebaut worden den gab es so nie zu kaufen den typ im m 750 natürlich schon mein vater hat damals den mähtrescher bei dasing erstanden das war ehemaliger maistrescher mit einem ganz anderen schneidwerk an den schneidtisch von der dron und der ist extra umgerüstet worden als normale mähtrescher wir haben hier genau die drei meter schnittbreite und das ist wie gesagt das adrescher die sony gebaut worden der hat den stärkeren häckseler drin für mais eben weiß wieder nicht ob man noch was erkennt wenn ich hier reingehe kamera schaltet dann leider mal so schnell um der fahrer stand baujahr muss ich mich entschuldigen ist 1975 ich glaube ich habe irgendwann mal gesagt 74 ist aber 75 ja also den mähtrescher hat wie gesagt mein vater erstanden bei dasing und der ist auf eigener achse von da unten überführt worden den hat er selber hochgefahren zu uns hat er gesagt da waren eineinhalb tage unterwegs oder nur mit dem mähtrescher gefahren ist aber früher hat sowas noch funktioniert heutzutage braucht man sowas nicht mehr machen obwohl es eigentlich auch immer ganz schön wäre wir steigen noch mal hoch ja also hier befinden uns jetzt auf dem fahrer stand ohne mähtrescher was gibt es hier groß zu sehen wir haben hier die verstellung für den schneitisch für die haspel höhe und wie weit die haspel nach vorne rausgeht kontrolllampen wenn irgendwas ist öl druck lichtmaschine luftfilter und so weiter das ist der gashebel vom ähtrescher der hat kein fuß gaspedal wird der öl druck angezeigt das dort ist tachometer ist ein einfacher fahrrad tacho das funktioniert aber weil der hat kein tacho in dem sinn beziehungsweise ich glaube den hat er später mal drauf gemacht als stundenzähler wie ich aber sehe waren da die ratten dran ich weiß nicht wie die hier rauf kommen die müssen klettern können wie sau die haben den tacho da oben angefressen mal schauen ob der das ja auch noch funktioniert wenn wir das ja brauchen ja betriebsstundenzähler 996 stunden das passt natürlich hinten und vorne nicht der stundenzähler ist vor jahren stehen geblieben da ändert sich auch nichts mehr der mähdrescher hat deutlich mehr stunden reile der mähdrescher hat deutlich mehr stunden als die 996 früher sind mit dem mähdrescher hier um die 150 hektar pro jahr getroschen worden es war nicht nur das war auch viel auf lohntrusch für die anderen bauern da gab es noch felder wo jetzt mittlerweile gewerbegebiete stehen waren früher teilweise mal vor der test von der arbeit haben kommen und dann ist ich auf den mähdrescher gesetzt worden dann ist es teilweise bis nachts um halb zwei gegangen dann ist er heim gekommen ins bett gelegt früh um sechs wieder aufgestanden und dann ging es wieder auf die arbeit und das war über die sommermonate sehr viel so das war auch als ich klein war war er noch recht viel unterwegs mit den maschinen das ist erst nach und nach dann immer weniger worden weil viele bauern eben aufgehört haben und ja dann ist immer weniger worden das war schon mal in der überlegung ob man den mähdrescher nicht verkauft weil man eigentlich selber so oft nicht mehr braucht ich bin aber ganz froh dass man noch haben ist es einfach man ist halt doch ungebundener als wenn man keinen hat so muss man dann erst schauen dass man herkriegt und ich meine was man hat das hat man es ist zwar immer mit wartung verbunden aber ich meine frisst ja so kein geld der wenn dann über den winter steht dann steht er und wenn er gescheit abgeschmiert ist dann steht er halt auch mal ein jahr länger hier unten drin da muss halt die batterie abgeklemmt werden die muss dann gründlich geladen werden aber deswegen läuft er ja trotzdem ja motorstoppschalter sicherungskasten zündschlüssel da ist saft drauf anlassschalter den betätige ich aber nicht dann halt einmal die draufsicht von oben soweit man was erkennt und ein sonnendach einfach eine plane oben drüber schützt einigermaßen vor sonnenbrand vom staub natürlich nicht auf die kabine ist schöner aber man kann nicht alles haben so kommt die staublunge ja kontank hier sitzt dann die gangschaltung ich selber habe noch nie gedroschen auf dem mädrescher ich bin zwar früher oft mitgefahren ich durfte aber noch nicht das hat der vater immer selber gemacht das ist halt sein refugium sei sommerarbeit wo er gern draufsitzt und ja bin ich selber noch nicht dazu gekommen das macht normalerweise alles er ich hoffe aber dass ich in den nächsten jahren doch einmal selber fahren darf oder mal probieren darf ich mein im grunde so schwer ist es ja nicht man muss halt ein wenig drauf gucken dass man den schneidisch nicht unbedingt den boden versenkt weil das wäre dann ein beträchtlicher schaden ein wenig umsichtig fahren das abtankrohr befindet sich hier drüben da sieht man auch weil es aufgeklappt ist da befindet sich innen eine schnecke da befindet sich eine vater schnecke innen drin die greift dann da drauf die wird in gang gesetzt das getreide wird durch die vater schnecke nach draußen befördert in das rohr über das rohr bis ganz hinten raus und dann auf dem anhänger da innen sitzen dann der elevator der ist rauf in der kontank befördert ja das rohr wenn ausgeklappt wird den kann man mit dem haken hier oben einhängen da ist noch nichts elektrisch rauszuklappen dann hätten wir hier ich weiß nicht ob man es erkennt das ist der kontank da sieht man auch noch mal die schnecke laufen die vater das material wie ich sagt dann darüber zum ausgang aus dem kontank und dann in das rohr ja da oben ist der elevator und der befördert mit einer schnecke das getreide hier rein also im sommer wenn wir hier drauf sitzen das ist natürlich unheimlich staubig durch das dass das offen ist aber bislang ist ein bisschen staub auch noch keiner gestorben und ich meine es gehört halt irgendwie dazu ja also das war im großen und ganzen der mähdrescher wenn es denn mal so weit ist dass wir wieder dreschen müssen dieses jahr haben wir ja selber nichts vielleicht für jemand anderen dann kann ich euch da gerne mal mitnehmen wenn ich will dann nochmal ein video vom mähdrescher selber machen ich habe jetzt eine magnethalterung mal gucken die können vielleicht hier oben drauf ganz gut halten dann wird es nur vibrieren wie sau aber das probiere ich einfach einmal ja also das war das was ich noch anhören wollte den ehemaligen schweinestall zeige ich vielleicht haben wir bei gelegenheit den stall ausmist unten bei die hühner da kann ich euch ja mal mitnehmen und dann kann ich euch mal den alten schweinestall zeigen weil ich das auch gefragt worden bin den alten kuhstall kann ich nicht mehr zeigen der stand oben beim wohnhaus direkt am wohnhaus angebaut am alten bauernhaus das ist 1984 abgerissen worden und darum existiert da auch kein stall mehr die gülle grube gibt es noch da ist aber jetzt mittlerweile wasser drin 360 hektoliter fassungsvermögen ja meine hühner gehen spazieren und wieder ja also wie gesagt den kuhstall kann ich leider nicht mehr zeigen den schweinestall zeige ich bei gelegenheit aber und muss jetzt mal gucken entweder das video kommt einzeln oder das video kommt dann integriert dann hängt es höchstwahrscheinlich mit am IHC video dran wenn ich das heu hol aber da schauen wir mal ich hoffe das video hat euch gefallen und falls es nicht mehr am IHC video dran hängt dann sage ich servus bis zum nächsten mal und freue mich wenn der wieder zuschaut ich bin richtig begeistert über den haufen abonnenten jetzt sind wir schon bei 136 tendenz steigend also echt top da bin ich echt begeistert hätte ich nie gedacht und du jagst schon wieder die hühner hör auf der treppst immer runter wachhund der tut ihnen nichts aber der jocht selber runter zum hühnergehege ja also wie gesagt ich bedanke mich auf alle fälle nochmal bei euch richtig schön richtig klasse und sag servus bis zum nächsten mal